Ja, willkommen zurück. Wir müssen ja noch hier noch weiter bauen. Ich brauche was kleineres. Ich brauche es. Oh, eine dicke Eisscholle. Ja, das finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Oh, dann müssen wir hier noch ein bisschen hier so was anderes reinsetzen, wenn wir noch so passende Stücke hätten. Gibt es eventuell... ...und das... ...und das... ...und... ...pidim, pidim... ...jetzt eine kleine... ...une 2,50 Dinger. Ist für 2,50 schon wieder ein bisschen dolle groß. Was man hier denn einfach so... ...so hier zwischensitzen könnte. Ah... ...maum immer so riesig. Und das einstellen kann ich auch nicht, ne? Mit 5 Euro... ...5 Taler bist du ganz so groß. Ja. Nein. Müssen wir uns gleich mal was überlegen. Ah, ein Vip-Gast ist angekommen. Oh, ich hoffe, die werden jetzt hier nicht... Ich glaube, da kommen die eh nicht hin. Ich hoffe es zumindestens. Das ist gut. Das ist gut. Machen wir jetzt mal ein bisschen weiter. Gibt das? Ja, das geht. Haben wir noch eventuell was... ...flacheres? Oh, jetzt war das wie so eine Eisscholle hier oben drauf. Ich möchte, dass die hinten auch so ein wenig verkleidete haben. Das sind schmal, so in der Hälfte. Das wäre cool. Den setzen wir mal so rein. Dass halt alles ein bisschen organischer wirkt. Oh, komm ran. Ja, steht kurz für Inzucht. Okay, da hin. So, dann gehen wir jetzt hier noch ein bisschen schön runter. Ja, Design dauert halt immer langer, ne? Das ist ein bisschen designen möchte. Ein bisschen hübscher haben will. Ich habe mir jetzt auch keine Lust, dass die Dinger irgendwie so versuchen, so ein bisschen zu schweben. Nee, der war... Den drehen wir nochmal, weil der eine schöne Rundung hat. Das dahin und das... Wenn wir jetzt so einen kleinen hätten, der so ein Deckel wird, ne? Die hat die Hälfte von dem. Das würde ich auch so ein bisschen feiern. Wollen wir sich jetzt ein bisschen hinbasteln? Können wir das so bringen? Ich glaube ja. Ich glaube ja, das kann man so ein bisschen bringen. Ja, das kann man so bringen. Gehen wir hier hinten auch wieder ein Stück hoch? Das ist ein bisschen dolle groß. Ja, das wird, das wird. E-o, e-o. Ja, das funktioniert. Wollen wir noch irgendwas ein bisschen beschleunigen könnte. Fack. Gut. Jetzt hier noch ein bisschen Schneeelemente runter. Gehen wir auch noch runter. Ja. Wie man hat gesagt, dass es so schnell geht, ne? Guck mal eventuell das hier noch. Überbrücken rein setzen. Oh ja. Ecken ausbessern. Ja. Ja. Oh. Hier können wir die Kleinen reinsetzen. Das ist so ein bisschen. Wie gesagt, der hat jetzt so einen Halben, dass man den nur so reinsetzen kann. Ja, eho, eho. Ich würde ihn die Ritzen reinlegen, ne? Oh mein Gott. Das wird echt super. Das wird echt gut. Oh. Sehr schön. Kriegen wir das eventuell hier auch noch so ein bisschen, dass wir die Lippen ein kleines bisschen ausfüllen. Ja. Ja. Signal für die Kängurus. Vorsicht. Kalt. So. Ein kleines bisschen da hingehen. Schön ist nicht, aber es wird funktionieren. Genau. Und jetzt ein bisschen in Quads. Hallo. So hat er Taktor-Struktur. Das finde ich gut. Jawohl. Jawohl. Na, das müssen wir ein bisschen anders machen. Können wir da nicht so eine Platte vorne hinsetzen? zum Beispiel so. Kann man das nicht auch noch hier vorne so ein bisschen machen? Nicht guter Kontrast, echt. Echt? So. 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 Maler ist wieder unterwegs, ja. Und hier hin. Ich brauche etwas Kleineres. Was haben wir jetzt hier? Schnabeltier. Habe ich noch Schnabeltiere? Schnabelfieh. Oh, die vermehren sich. Das klingt doch positiv. Das klingt doch durchaus positiv. Jawohl. Jawohl. Ja, guckt bestimmt durch, ja. Nimmst mal die halbe Platte. Müssen wir die Platte nehmen. Zack. Und das da hin. Ja, der kleine Eisspielplatz. Er wird langsam. Er wächst und gedeiht. Da hin. Sehr gut. Ich kann mal noch was Kleines hier hinsetzen. Sehr gut. Das finde ich echt gut. So hat der Tag eine Struktur. Boah. Ja. Immer noch echt angeschlagen. Aber es tut mir nicht alles. Ich schnupfe so nervig. Ich schnupfe so ein bisschen. Hier sieht das alles nicht so abgehackt aus. Okay, da hin. Ja, ja, ja. Damit kann ich leben. Ja, ich würde sagen. Ist schon sehr, sehr cool. Okay, Leute. Und dann geht's ans, äh, umlegen. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Bis denn. Tschau. Das war's für heute.